Hey, ich hab sie so gesehen. Ich hab sie so gesehen. Sie sind eigentlich gerade so wie das Foto. Oder so? Ja. Du hättest nicht eine Feral-Praktik, dann wirst du die bis vorher zu spüren. Ich hab mir immer gedacht, was kann oder so. Aber, man lernt nicht aus. Die Jungen kennen voll viel Spaß. Ja, die haben auch die Zeit, dass sie mit dem sieben Dörren. Ja, ja. So. Oh, da fiel, ja, hat sie auch besucht. Das ist ein bisschen her. Entschuldigung. So, und siehst du. In den offenen Unterbinden. Ich schickte der Hosenhaut. Sind sie jetzt der Haare? Ja, nein, nein, nein. So, gut, ich sag, wir sind so ein Quälen. Ja, das ist der Haare. Ich schickte der Haare. Jetzt, wenn du fliehst, sind ja alle. Ich schickte der Haare. Ich schickte der Haare. Ich schickte der Haare. Ich schickte der Haare. Ist die Kiefe? Nein, das ist natürlich ein Kleber schon ein wenig runtergegangen. Ich geh durch einen Ex-Pickern laufen. Mann. Warum geht das auch nicht? Nein, das ist schon ein wenig alt. Das ist schon ein wenig alt. Nein, das ist schon ein wenig alt. Mann zum Bahnsteigspalte. Acht Tieren. Wind, Tee, Garten. Und Video. Warum ist da ein Video über was wir haben? Na, zur Sicherheit. Wo ist denn einer? Na, die sind versteckt. Auf rechte Halbkopf. Auf rechte Halbkopf. Auf rechte Halbkopf. Genau. Auf rechte Halbkopf. Auf rechte Halbkopf. Auf rechte Halbkopf. Das ist doch ein wenig. Das ist doch gut. Der ist unerzittabel. Tschau!